Wenn alle Studierenden wieder abgereist sind und die Location wieder aufgeräumt ist, dann entspannt euch erstmal. Ihr habt euren ersten Hackathon erfolgreich abgewickelt. Danach geht es aber an die Nachbereitung. Wickelt noch ausständige finanzielle Dinge ab. Wir haben z.B. den Studierenden die Anreisekosten zurückerstattet. Wenn Teilnehmende ihre Preise oder Teilnahmebestätigungen nicht vor Ort bekommen haben, müsst ihr sie ausschicken. Schreibt eure Erfahrungen in einem Projektbericht für den Fördergeber oder einfach für euch selbst zur Reflexion nieder. Eine wichtige Frage ist jetzt noch, was mit den Ergebnissen der Challenges passiert. Manche davon sind vielleicht nur Entwürfe oder Prototypen. Wir haben unseren Teilnehmenden angeboten, die Projekte im Rahmen von z.B. Bachelorarbeiten weiterzuentwickeln. Entstandener Code bzw. Dokumente wurden jedenfalls auf GitHub oder in einem OER-Repositorium unter einer offenen Lizenz veröffentlicht, damit andere darauf zugreifen und sie weiterentwickeln können. Wenn ihr das Projekt die ganze Zeit über auf Social Media betreut habt, braucht es hier auch einen runden Abschluss. Postet nochmal eine Zusammenfassung, die besten Projekte oder einen Ausblick auf kommende Events. Natürlich dürfen auch Berichte in Firmen oder universitätsinternen Medien nicht fehlen. Nach dem Hackathon ist vor dem Hackathon. Vielleicht plant ihr bereits die nächste Veranstaltung. Holt euch Feedback von den Teilnehmenden über eine Umfrage oder Interviews ein, um das nächste Event noch besser zu machen. Wenn ihr noch nicht genug habt, stellen wir euch noch ein paar Lektüre-Hinweise und natürlich unseren Projektbericht zur Verfügung. Wir hoffen, ihr habt jetzt auch Lust bekommen, einen eigenen Hackathon zu planen und einen guten Überblick bekommen, welche Schritte notwendig sind, um einen Hackathon durchzuführen. Berichtet uns gerne über eure Erfahrungen mit Hackathons oder eure Ergebnisse, die ihr als OER oder Open Source veröffentlicht.